Zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider. Um unserer Sünden willen hat Elias den Himmel verschlossen, durch das Wort des Herrn. So bekehret euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, armherzig, geduldig und von großer Güte und reut ihn bald der Strafe. So ihr mich von ganzem Herzen suchet, so will ich mich finden lassen, spricht unser Gott. So ihr mich von ganzem Herzen suchet, so will ich mich finden lassen, spricht unser Gott, spricht dieser Gott. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seinem Stuhl kommen möchte. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seinem Stuhl kommen möchte. So ihr mich von ganzem Herzen suchet, wie ich ihn finden möchte. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden möchte. So ihr mich von ganzem Herzen suchet, so will ich mich finden lassen, spricht unser Gott. So will ich mich finden lassen, spricht unser Gott. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!